Der König hockt auf seinem Thron? Ah, die anderen würden jetzt da drüben hocken, ne? Ist das was Colonel Valange hat seine Hoffnungen für die Zukunft aufgetragen? Ja, die hat er ihm halt vertraut, aber scheinbar ist er auch irgendwie, ist er zwangsinvegiert worden? Kann das sein? Weil er hat ja selber das eine Mal, wo die Lola mit ihm geredet hat, gesagt, ey, er kann jetzt nicht mehr zurück oder so. Wirkt er halt irgendwie schon, wie... Naja, ich bin jetzt dabei, kann nichts mehr machen. Wo soll ich denn hin? Okay, ich kann mich einfach hinporten. Ihr Penner, ey. Nilbeth. Rekommst du immer bewusst. Der Nilbeth, den wir damals wussten, ist nicht mehr. Ich verstehe. Lass uns weg sein. Zum Vermöbeln? Ich meine, ich bin 40 Level oben drüber, das geht schon. Wow, die sind ja immer noch so schwarz. Die sind nicht so schwarz. Die sind nicht so schwarz. Die sind nicht so schwarz. Das ist nicht so schwarz. Also, das ist ein solches und so ein solches in der Lage, die du uns jetzt hervorst. Und als Skorridor. Ich verstehe. Many a year away from the Traffens, working in service to Austerius. Ofttimes I found myself conflicted, unsure if my priorities lay with my people or with the Austerians. A natural step. Indeed. I am beginning to find reason in Midas' claims that Scorpion may not differ from the rest of us. Hang back! I got this! Stark! Oh man, wie stark! So stark! Wir haben fast keine Chance! Ah, Alter! Wirklich? Ich hab's immer noch, dass dieses Blindside, äh, oder was heißt Blindside, dass du, dass du die Dinger wieder verlierst. Ich hab's immer noch nicht gesehen. Du hast die Augen gesehen, dass du den gleichen Spire malvehlen bist, glaubst du? Was da nicht ein Settlement in der Wettbewerb? Lass uns nach vorne gehen! Ich hoffe, die Leute von Nilbeth und den Trappner sind okay, während dieser große, verrückte Tower-Tower-Thing. All wir können jetzt tun, ist es Hoffnung und Wurzeln, sie sind. Wir machen uns für die Spire. Okay, also wir in da, und dann wir in da eine Art, um zu stoppen Bulldor, ja? Correct. Ich wünsche mir, um zu verabschieden, um meine Gefühle zu verabschieden. Lass uns gehen, dann. Kleine Duma hat uns nicht einmal weggezogen. Achso, unsere sind ja auch schon da drin. All diese Menschen in nur einer Stadt, in nur einer Nation, auf einem einzigen Planeten. Wahnsinn, zu denken, dass du alle auf jedem Planeten auf dem ganzen Universum assimilieren könntest. Ah, was ein leidenswertes Seid. Indeed. Never could I have imagined we might face such... It is of sole consolation that the number of victims was low, for such circumstances. You seem surprisingly calm. I am pleased you see me as such. There is nothing to gain from losing my composure here. Though inside, I am seething with fury. Sorry. It matters not. I will see it through that he pays for his atrocities. I do not care what he may title himself. I will not allow him to defile our sacred land unpunished. I will flood their network with the anguish of my people. The Drathen's fury. Let this be retribution. For such heinous crimes committed upon these sacred grounds. Yeah. This place means a lot to us too, Malkia. Let's take down this big old bastard once and for all. By our hands, justice shall reign supreme on behalf of all who live in Nobath. Agreed. We fight now for the many we have come to know and cherish. All right. Let's do this thing. We should have known, Voldors plan was always to return here. When he told Gerard, he was leaving the Empire in his hands for the time being. King. Naja, eigentlich wussten wir ja, dass er das vorhatte, aber. My bad. The Threat Knight is a great deal. You said it's nice, but you don't have to go ahead and see it. Oh, God's sake. It's a bit scary, right? Thanks. Das wär jetzt übel gewesen. Achso, ja, was hast du zu erzählen? Durch mich wird diese Krieg mit allen über die Netzwerke veröffentlicht. Die Erfahrung unserer Herausforderungen wird viel für jeden und jeden Skorpion bedeuten. Bulldor sagte, dass Milbeth perfekt für ihn sein würde. Hm. Denkst du, das ist, weil es die Kabe auf Verdunnis ist? Aller ehrlich gesagt, habe ich noch nicht verstanden, dass ich den Skorpions wahrgenommen habe. Und weshalb, dass ich diese Entwicklung nicht erlösen werde. Hey, was ist passiert? Was ist passiert? Ist es dein Arm? Ist es genug? Nur eine Post-Operative Examination. Alles ist in Ordnung. Ich verstehe. Also damit, dass Mä bonding mit Moibiche gemacht hat, Malchia ist auch noch eine Behandlung überldete ihn, da sie ihre ... ... was kennenzulernen ... ... was das, was ich zu sagen? Oseous Core. Ja, das ist es. Das bedeutet, dass du nicht den ganzen Arm verwendest hast, nicht wahr? Wie kannst du sehen, mein Arm ist noch hier. Flesch und Blut. Ich habe nur einen kleinen Teil von meinem regenerativen Körper gegeben. Man, es ist so cool, dass du das tun kannst, obwohl du zwei komplett verschiedene Species bist. Also? Are you okay, Malkia? Are you doing all right, Albia? Malkia? Are you okay, Malkia? Are you concerned about me? My, my, you are a kinder man than you look. Haha, what do my looks have to do with it? Come on, tell me, how are you? I am fine. The surgery did not take much toll on me. That's good to hear. So, Albert's arm is now using the osseous core from your arm, is that right? I... Ah, I see. So you thought I took the osseous core from my arm, did you? Wait, you didn't? If you didn't take it from your arm, then where'd it come from? Hmm. Let's just say, I think you are all better off not knowing. Oh, come on. When you say it like that, it just makes me want to know more. From where the core came from, is inconsequential to me. For my arm has been granted new life. I don't know what's going to do with me. I don't know what's going to happen tonight. Wait, there are both links on your arm together. Well, there are both sides together. It makes me long, if the two sides consist of me. I don't know what to speak to this, or I don't know. If they can speak with that or not. In a bit twisty way. Okay, pass. Where should we go to this? Was ist eigentlich hin? Die Centralisten Scorbium Spire Ich kenne Fast Shelfs das Location Ich weiß nicht mal an sich wie ich da hinkomme Wir gehen mal in das Ancient Coil runter oder so Oder halt in diese Mine Ist es aber wahrscheinlich glaube ich auch nicht Ne Ne Doch da Neelbert Ein Sand Coil Hä? Also es ist schon hier unten Ja aber da sind doch bloß die alten oder? Sag ich doch Dann rennen wir durch Achso ja da hinten konnte ich nicht hinein ne Achso ja da hinten konnte ich nicht hinein ne Hm Stimmt da links und dann noch tiefer runter Und Sprung Äh Äh Wie ist der voll ruckelt ey Das war das letzte Mal schon so Hä? Das sind drei Ausrufezeichen Ne warte Ne warte Das war ja ein Transporter ne der mich nach unten bringt Das war ja ein Transporter ne der mich nach unten bringt Ich weiß halt nicht ob das mich wirklich dahin bringt oder nicht Ich weiß halt nicht ob das mich wirklich dahin bringt oder nicht Da! Ne, oben drüber. Hä? Da ist noch eine Treppe. Was ist die Treppe? Da ist mir der Treppe wummt nicht gleich. Ja, aber da ist er da. Hm. Fuck. Ich will da oben drauf stehen. Ich weiß, es bringt wahrscheinlich nichts, dass ich da oben drauf stehe. Hm. Dann gehen wir halt nochmal da hin. Das kann doch nicht sein, ey. Skorpion Spire. Oh, ist das euer Ernst? Das ist ja gleich außerhalb, das ist ja wirklich Transporter. Also ich konnte ihn nicht benutzen. Weil der Ding ist. Weil ich erst in die Stadt musste. Ja. Ich bin wie so aus einem Afrika Film, ey. Und Teleportation. Das ist aber eine andere Teleportation, ne? Da ist die Welch. Okay, das ist kein antikes Raumschiff oder irgendwie sowas. Was die gefunden haben. Das ist verdammt ein riesiger Skorpion-Ding. Kommt das nicht einfach einen Bosskampf gegen? Wahrscheinlich gegen den General, oder? Der Schmerzboi? Der Schmerzboi? Der Schmerzboi? Der Schmerzboi? Nachdem du auf der Schmerzboi auf der Schmerzboi gegründet hast, nicht einmal, aber zweitens? Oh. Das ist die Frau Malkia spricht für alle von dir, dann? Oh, das ist zu schlecht. Aber der Herr ist ein benevolent Mann. Ja. Ja. Der Schmerzboi ist, dass du dich eine letzte Chance hast. Der Schmerzboi ist, dass du die ganze Leben in unserem Universum Die, die ihn beherrschte, haben wir. Kommt. Und schau mal, was die abgest Mischung erwartete die, die die den Skorpion-Centralisten. Du glaubst, dass du dir das zu uns in diesem Weg kann uns etwas überzeugen? Was ist passiert? Oh nein, der Pisser hat jetzt auch ein Schild. Ich finde es geil, alle holen sich ihre Waffe raus. Die dingene Glocke. Ich bin ein Schild. 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 Lola. 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 Ich bin ein Schild. Schild. Ich bin ein 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 Schild. Ich frage mich, ob wir jetzt einfach ... ... Gebiet- Hä-Boss zu Boss' gehen. Wir müssen unseren Weg durch diese Stöhre hochkaufen, werden wir nicht? Es lijkt so. Lass uns beginnen. Okay, scheinbar nicht. F** K****!! Ich dachte, dass wir jetzt Laurie commencement die Ar quarto den congratulations Hier ist aber nichts anderes. Vielleicht急 würde ich mich NEوں Mir nach der erste火 ... haben und irgendwen haben wir unten vergessen fuck ist echt zu kleiner drecksack aber wie komme ich denn zu dem anderen dingen über warte mal sollen das körper darstellen scheiße halt echt scorpion körper die oder scorpion körper die die da integriert sind oder irgendwie so was wirkt ein bisschen wie aus attack or tight geklaut die 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 Genau want's to get for messing with us. Wait. How far up do we gotta climb? Judging by the outside we're going to do this in a while. We have left no choice. Ever onward and upward. Interfecution out. Du hast mehr, als du verdienst. Warte deinen Schritt, wir werden die Marken verlassen. Zuerst neutralisiert. Assault. Warnung. Du kannst nicht mehr gehen. Hä? Oh. Aber das ist nicht der, der mir das benutzen soll. Also, wofür jetzt der hin? Oder fährt der dann so weit, dass wir jetzt in dem anderen Gebiet sind? Scheiße, halt echt. Diese Umgebung würde sicherlich sicher sein. Ich dachte nie, wir würden einen Ort wie dieser finden. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Was ist der Sinn von dem Raum? Keine Ahnung. Barriers. So long as the transport can be delivered by destroying the generators. Ja, da sind immer noch gar nichts. Es ist der hier da. Aber der hier ist okay. Ok, jetzt mal ernsthaft. Wo steckt denn der Sinn dahinter? Ich meine, es ist nicht verteidigt. Du musst einfach nur hingehen, musst einmal draufschlagen. Du musst nicht irgendwie eine Kompo oder irgend so einen Scheiß machen. Nicht irgendwie mit Magie und es ist halt einfach da und du zerstörst es. Das macht irgendwie keinen Sinn. WTF? Oh, ich will eigentlich durch... ...dragöne... 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 ...hast warte, da ging es nochmal weiter. ... ...es ist eine Kiste da, aber keinen Orb zum mitnehmen. ... ...das heißt wir brauchen erst den Orb um den zu benutzen, also war vielleicht die erste Runde vom Tower jetzt auch nur so... ...kleine Testphase. ... ...oh warte, was da oben? ... 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 bekommen so element of fire to attack 6% chance to activate skills minus 18% damage when hit counter auf 100 scourge rest alter der ist nicht schlecht sarah wind resistance plus 54 dark matter ach so wir müssen weitergehen um das sonst zu zerstören also hier kleinen scheiß nerf zu zeigen wisst ihr das firing exceller war energy levels so we must stop clearing no way eh xg levels ich verliebe mir dann viel zu schnell meine wo geht es das dann hin? wir sind da gewesen jetzt wird es dann zu einem von denen und die Puppen rübergehen so Oh, die sterben wir auch davon? So, jetzt gehen wir wieder voll. So, kurz warten. Während der andere noch rumröchelt. Röchel die Küche. Äh, halt da. 15.000 Folie, ja die brauche ich jetzt auf jeden Fall dringend noch. Wer weiß, ob ich das sonst überleben könnte. Wir schnappen uns einfach Baldor und füllen ihn mit unserem Geld auf, bis er platzt. Hm, diese Umgebung hier ist entfernt von der Kommotion. Wir finden hier Rest. Rest? Hier ist kein Rest. Was ist denn jetzt der zweite Dinger zurück, ne? Okay. Well... ... ... Oh komm ey, warum hat das denn nicht geblindsided? Ach so, ich konnte das nicht stimmen, das konnte ich nicht benutzen, das heißt, oh, das ist aber bescheuert gemacht, ich muss komplett nochmal zurück, um dann hier den Fahrstuhl zu aktivieren, vorher natürlich die Pappen aus dem Herbst machen und dann hier loszufahren da dann den Generator zu zerstören, nochmal komplett zurückzulaufen und dann da das zu machen oder hochzufahren, das ist ja mal bescheuert das ist nicht geil das ist nur fucking Zeit, schön der Reimann Ja, wie gedacht halt So Ah, 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 ich hab's mir fast gedacht, das machen sie gerne, Nightly Winko? Oh Oh Und den ganzen, richtig wunderschön, Alter ich hoffe danach kommt der Boss, weil so viel, auch so arschig wie das jetzt gerade ist, will ich jetzt den Boss kalten machen? Und Sprung Und hoch Ha, ha 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 Healing Device 2 Ja, ist nur ein Eine Plattform Nochmal eine Plattform hoch Eine Plattform